Und alle hier? Ja, Buff Food Ach, ja, hm 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 Oder nicht? Ja Mal, ein bisschen was, irgendwas schönes Irgendwann die gleich zusammen Was ist das denn? Hier Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Hey, ich kam nicht raus, was ist das? Ja Ich dachte schon, es geht nur so Jetzt pumpen wir doch mit Komm ich doch mit rein, das wäre lustig Basti Voll abgewehrt Achtung, es ist ein Block Ah ne, es ist noch nicht WTF? Sogar in meinen Car gestumpt Ja Ja Äh Okay Ich liebe das, die einfach mal runter zu schützen Ja Oh, was war das? Ad Explosion Mhm Mhm Kann das nicht auch machen Kann das nicht auch machen? Mhm Also ich versuche Agro zu ziehen Mhm Mhm Jemand die Tür aufmachen? Äh Ralph macht's aus Ich mach dann die Tür auf Ich mach dann die Tür auf Okay, warte, dann hole ich den hier da Nein Hast du jetzt den ausgegraben? Hm? Ich bin nur dann pull Nee, nicht du Ich dachte, heisst Gott, der hat mich gestunnt Ich hab ein Pumpkin verloren Ah, das ist immer so nervig Hast du ihn? Ja Bist du schon raus? Ja, ja Ach, glaub das war's Ja, können alle raus Ja Tja, bis hier schon das immer Tschüss Arwen Grüß schön Ich hab sogar noch einen zu viel Nee, ich nehm noch einen mit Ein Pumpkin, oder was? Ja Guck, ich hab hier einen Kannst du damit blocken? Haha Nee, ist der weg Haha Nur haben sie ja Ich hab hier Ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, was? Sieh, wieder! Ich war beha.. Ich war hin! War das wahrscheinlich bis zum Zünderhand? Ich war vor mir! Na ja! Dann stell ich nochmal rein! Okay. Oh ne! Nene! 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 Oh Gott, was? Oh Mann! Oh Mann! Komplett drin gewesen! Ist schon jemand da? Nein! Ich bin schon... Verdammt! An der Ecke hängen bei mir! Oh Gott! Ja! Armin, du liebst aber auch die Gefahr! Ah, ich bin jetzt durch! Oh ne! Es macht keinen Sinn! Ich bin durch! Nee! Ah, die Hitbox ist schon... ...nicht ganz so groß! Mhm! Also vielleicht liegt's da... Ich hab da auch manchmal das Gefühl... ...wenn du ins Licht von seinem Auge kommst... ...tönt sich... Wir brauchen hier ein... ...no Deathrun Achievements! Boah, das ist ja geil, ja! Boah, das ist ja geil, ja! Trifectas! Aber ne... Das ist nix für Solo-Spieler! Das ist nix für... G프-Twegen... ...technisch... ...d czter ... ...darkend- Das war's für heute. Zitrink, or be eaten! Trink, oder be eaten. Vielleicht kümmern wir ja um die Mückenphase drumherum. Nein, warum hab ich's gesagt? Warum hab ich's gedacht? Warum? Einfach pütschen. Oh, wieder knapp. Wie letztes Mal. Oh, Ornid Coins.